ja und hiermit herzlich willkommen für die diese auf youtube schauen wenn ich so klar oder die die gerade erst dabei sind beim stream das letzte video hat hier geendet also der spielstand war hier zu ende wir haben die frau besiegt dumme schlappe jetzt geht es weiter geht okay ich habe nur okay ich habe drei von den dingern das ist cool weil diese diese tabletten da kommt ihr wieder hallo ich mag das nicht niederfläten schlüsse habe ich muss ich dadurch wenn das link muss ich dadurch wenn es flackert oder wenn es nicht flackert warte ich habe ich muss kurz ich war doch einmal hast du jetzt oder was hat nicht man die dumme kurde auch kein leben was soll das eigentlich wenn so ein kopfteil sein dich ach das ok ich dachte es ist schon wieder ihr helm doch das ist ihr helm das ding ist hässlich hier draußen sieht man natürlich gar nichts was geht hier so hallo jagt mir bitte kein schreck nein die bimbs nur hallo bruder da wird sie nichts finden laut twitch habe ich nämlich null ehre alter wo muss ich hin da will ich nicht rein hallo ich will gleich mal okay schönes bild ich sie ja okay und was weiß der sinn von diesem kackraum hier achte dich auf thailand schon hübsch wo muss ich hin ich dachte ich muss der musik nach also warte ich muss hier lang dann rechts so blöde kuh da ist sie schon ich glaube ich habe hier ich nicht kapiere ich nicht kapiere ich nicht zurück zurück hallo hallo hey muss doch nicht hier ich hab dich schlüssel nicht was hier los von hier bin ich gekommen okay warte 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 da ist nicht ich kann hier nicht rein schränke öffnen geht nicht hier ist nichts irgendwas irgendwie war ja mal immer mal wieder zwischen solchen büchern war umschlüssel bezweifle ich gerade kann ich jetzt hier gut alles bruder geht sie mir weiter ich blöd bin ich blöd klar tut ja dieser geist tut ja auch noch staubsaugen oder was ich bin 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 verwirrt ich bin verwirrt muss ich wieder zurück kann ich hier irgendwas machen ich bin auch dumm alter leck mich am arsch hab den schlüssel nicht mehr aufgehoben ich idiot ich bin auch dumm alter leck mich am arsch darüber reden wir nicht ich dachte schon letztes mal hatte ich doch einen schlüssel irgendwie gefahrt geht näher da man hier sieht aber auch überall gleich aus hallo hallo zimmerservice abgehört eine schlampe braucht irgendwas immer diese opfer gaben köpfe alter was da immer rumgammeln das kann doch nicht sein dass hier nichts passiert jetzt machen wir mal zu habe ich nämlich gelernt von spielen dass ich mal die tür hinter mir zu machen sollte oh nein nicht gut nicht gut gar nicht gut da hoch oder da hoch da war doch jetzt eine tür die wahrscheinlich jetzt da hoch geht oder ja oder sie ist verbarrikadiert hello hits me ok oh speichern hmm fühlt sich das gut an ja speichern ist immer geil gut dann nimm alles was ich habe alle hauptdach speichern ist oh oh macht wieder zu oh fuck oh fuck kommt jetzt muss ich durchrennen muss ich durchrennen what the fuck du dumme kuh alter bleib da was mit dem messer da ist nichts besonderes mit dem messer digger ich kann mich wehren ich kann mich wehren digger stech sie ab stech sie ab digger digger stech sie ab ich bin scheiße wieso kann ich sie nicht abstechen ich habe mir gerade in die hosen geschissen ich musste schon seit 20 minuten pissen aber hardcore ok warte 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 also die kommt gleich wenn ich das messer aufgeführt kommt sie das heißt eh mir leben nie mir leben nie mir leben die jähnchen jane konnte sagen warte ist jane nicht hier gestorben bin ich noch jane ich blick das auch nicht mehr da durch ob ich jane bin oder nicht das heißt ich nenne das messer und dann verstecke ich mich hier oder ja ich weiß auch nicht ich habe zu viel erwartet von dem horrorspiel dass ich mich wählen darf ok alles klar ich habe alles durchsucht ich gehe schnell what digger was wollen die von mir auf einmal war die tür zu du du dumme fick dich ins knie alter du dumme fotzen stimmt ich bin gar nicht james laber ich ja ich habe irgendwie noch im kopf dass wir jane sind warte Ok. Also die Tür war zu. Das heißt ich muss da lang. So. Die ist hinter mir. Use Knife. Ok. Oh. Habs Kraft. Easy. Was geht hier? Ok. Hier gibt es nichts. Ok. Ich würde interessieren was das für ein Geist ist. Ich meine dieser Geist hat bestimmt so auch in irgendein Thailand eine Bedeutung. Ich wüsste aber ich weiß nicht mal wie der Geist heißt. So zu dich googeln was der, was das für ein Geist ist. Ok. Ich meine was ist der Zweck von diesem Geist? Wieso sucht dieser Geist? Wieso hat er Jane aufgesucht? Was für eine Schabrake von Wohnung, Haus, Schrägstrich, Villa, so groß wie es ist. Das ist auch wie bei Resident Evil... Was sagen wir's? Resident Evil Bio Hazard. Da ist das Haus auch von außen so, sieht aus wie so eine zwei, zwei Etagen Wohnung. Und dann ist es 15 Hektar groß, Alter. Ähm... Geiler Stuhl. Ich kann nicht durch... Ich kann hier durch... Ah, zu viele Wege! Warte, ich muss kurz... ...überlegen. Ich kann... ...dala... ...und ich kann dala, oder? Warte, da komme ich nicht von hier. Nein, ich bin klar nichts mehr. Ob Jane den Geist gesucht hat? Ja, ne. Ich weiß nicht, wieso sollte Jane den Geist suchen? Ich bin behindert. Ja, die schlafen... Die schlafen auf Holz, Alter. Was mit dem? Überall blutiger Leckwischer Marsch. Achso, hier gibt's eh nix. Okay, dann reiß das. Ich muss... Pit, Digga, du kommst schon mal mit so Ideen. Was, da war ein Settel auf dem Bett, habe ich nicht gesehen worden. Oh, warte, von hier kommen wir grad gar nicht, what the fuck. Ähm... Echt, war da ein Settel auf dem Bett? Oh ja, Tatsache. Ähm... So... Ich wollte damit eigentlich nichts zu tun haben, da es nichts mit mir zu tun hat. Beste Besetzung auf Erden. Ähm... Aber ich schulde dir und deinem Ehemann etwas. Als ich gehört habe, dass deine Sachen gestohlen wurden, wusste ich, dass ich sprechen musste, aufsprechen musste, petzen musste. Ich habe Tida aus deinem Zimmer laufen sehen, bevor du zurückgekehrt bist, vielleicht solltest du Tidas Raum inspektieren. Inspektion durchführen! Okay. Wo ist ihr Zimmer? Wo ist ihr Zimmer? Wo ist ihr Zimmer? Tida-Zimmer. Tida! Ähm... Ist das Tidas Zimmer? Tida-Zimmer? Tida. So... Tida-Zimmer? Okay. Tida-Zimmer? 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 Tida. können wir nicht hin. Von da sind wir gekommen, das heißt ich muss hier lang jetzt. Ich war mir grad unsicher. Oh, okay, what the fuck. Wache ich jetzt wieder in einem Wald auf. Hugh Snail. Kann ich nicht. Oh, ich kann sie töten. Gib her. Oh. Soll ich sie töten? Äh. Stirb du. Dumme Kuh, Digga. Ich wollte dich grad abstichen. Äh. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hugh Snail. Mach ich doch schon. Stirb. Hm. Warte. Wo muss ich noch? Hab ich jetzt überall? Was war jetzt der Sinn davon? Wo ist das jetzt? Okay, Pitt, du hattest recht mit diesen. Ich stelle die Holzfiguren ab. Hm, in den Keller. Genau, da wollte ich hin, Alter. Da geht's raus. Okay, wir müssen raus. Somewhere over the rainbow. Speicherstand. Jawohl. Was ist das denn? Kann man hier irgendwas sehen? Überall Puppen. Also der Geist kann ja auf jeden Fall in die Puppen eindringen und dann sozusagen wird er sie zur Puppe. Ähm. Was ist das denn? Ist das so ein Musikinstrument? Keine Ahnung. Kann ich hier irgendwas machen? Bruder, du bist fucking hei, Digga. Von hier komme ich. Wenn ich jetzt speichern darf, du bist jetzt gleich heftig. Ja, glaub ich auch. Ach, von hier komm ich. Von da bin ich hin. Ich muss hier lang. Okay. Okay. What the fuck? Okay. Ich komme hier schon wieder durcheinander. So, das ist ein neuer Raum. Die Köpfe hat überall. Aber ich muss hier wahrscheinlich nichts machen. Das ist doch ein Labyrinth. Ganz ehrlich, ich lasse jetzt jede Tür offen. Hier war ich noch nicht und da ist etwas. Warte, warte, bevor wir da reingehen. Bevor wir da reingehen. Hier. Open the door. Ähm, dafür habe ich noch nichts. Okay, das heißt, das was da drüben offen ist, ist, dass ich wahrscheinlich die Kombination rauskomme. Kleine Wohnungen, ja. Ja, ja, ja. Stimmt's. Oh. Kann ich irgendwas machen? Ähm. Was muss ich jetzt machen? Oh Gott. Wie wär's, wenn du dich umbringst? Du solltest dich töten. Ja. 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 Gibt doch keinen Sinn. Sehr gut. Und weiter geht's. Welche? Oh. Das war nicht die. Entschuldigung. 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 Wollte er das nicht. Wieso regnet es im Haus? Bruder. Oh shit. Jo. Hallo. Fuck. Digga. Soll ich mich töten lassen? Weil ich jetzt weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen. Eh. Okay. Gut. Wir versuchen's. Nochmal. Okay. Na los. Tauch schon irgendwo auf. Falls es du bist, die auftaucht gleich. Stimmt. Gib mir aber mein Messer wieder, bitte. Hallo. Mein Messer. Mein Messer. Welche? Das war sie nicht. Folgt die mir auch hier raus? Ah. Da kommt sie schon wieder. Ah. Ich muss erstmal hier ein bisschen duschen, Alter. Ich muss erstmal mit meinem Leben klarkommen. Ich muss erstmal mit meinem Leben klarkommen. auf diren Oke�. dann geht's going kurz ab zo aussi. Die Nurburne. Ich muss dann noch mal aufziehen. Vielen Dank.